I've made it innocent, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless. Von dem Haus da. Von welchem? Da. Wo? Da hinten an der Tür. Oh, aufs Dach, das... Er wirft ja irgendwas. Achtung, von links. Neuer Gegner. Hey, das sag ich dir die ganze Zeit. Nein, da ist neuer Gegner, aber alles brennt, Digga, alles brennt, nice. Wo ist der? Wo ist der? Da noch einer, da noch einer, links, links, links. Ach, wenn da kommen welche? Digga, Rocket Launcher. Warum? Bring doch jede beliebige Waffe rein. Aber doch bitte nicht den Rocket Launcher, Digga. Geil, Digga, geil. Egal, egal, komm nicht drunter. So gewinnen sie wieder alle, weil sie diese Drecks Rocket Launcher bekommen und einfach nur drauf schießen, Digga. Nein, nicht gar... Es gibt ein Jump-Head, es gibt ein Jump-Head. Ah, ich bin tot. Ich bin aber tot, ich bin tot. Nein, du bist nicht tot. Okay, du bist tot. Aber ich hab ihn. Nein. Guck, da ist so ein Müll-Bot. Nein, Digga. Junge, ich hasse es. Ich hasse diese Season. Ja, toll. Ich werd jetzt... Oh, Digga. Ich geh runter, will mich verstecken. Auf einmal kommen mir fünf Bots in die Fresse, Digga. Junge, ich treff nichts mit der scheiß Punk an gerade. Ich habe achtmal oder so geschossen und kein einziger Schuss ging drauf. Das kannst du mir nicht erzählen, Digga. Das kannst du mir nicht erzählen. Mindestens einer muss drauf gewesen sein. Nein. Einer hat 126er, der andere ist auch weit. Kann man das irgendwie ausstellen? Dass der irgendwie nicht mehr automatisch auf Gegner zielt. Das Fakt ist auch, wenn du auf einen Gegner schießen willst und dann ein anderer davor springt und der einfach den Gegner anvisiert. Weißt du was ich meine? Ja. Bruder. Ja, was soll ich da machen mit der MP, Alter? Soll ich, ich wollte auf den einen Gegner schießen und es hat ganz kurz so auf diesen anderen Gegner rüber gezielt, dass du mir dagegen lenken musst. Äh, habe ich nicht. Hä? Hä, ist ja automatisch zielen. Ja. Das fackt anders heftig ab. Hä, das habe ich nicht. Das ist immer dann den Gegner anvisiert, der bei dir am nächsten ist. Hä, machst du es bei dir? Ja. Hä, warum? Ich will auf einen Gegner schießen und auf einmal schwenkt der so nach links, weil da ein anderer Gegner ist, Digga. Hä, mach doch automatisch zielen aus. Wie, wo geht das, Digga? In Einstellungen. Digga! Die sind beide One-Shot. Hilfe, bitte. Ja. Och, maaaane. Natürlich! Erste Waffe erfindet goldenes Sniper, Digga. Was kannst du eigentlich? Ey, was ist das? Ich habe eine Wand gebaut, habe geschossen und er trifft mich halt, ne? Komm, komm, komm. Ruhst du? Nice. Lass mal zum faulen Seh. Du stehst drinnen. Du stehst in der Wand, in der Treppe. Geh mal weg, Digga. Ja, Zentrum genau dahin. Sega! Das hört sich so an, als würde mein PC explodieren. Ja, aber er fordert jetzt mittlerweile wieder richtig krank viel Leistung auch auf PC. Hecker. Hä, man kann das halt fliegen. Guck, was macht der? Ja. Wow, ich habe zehn Battle Sterne bekommen, die mir nichts bringen. Ja, komm. judges, ist das Ganze rolled weg. Man kann das ein tun. Ja, das stimmt. Tja. Man kann das. Bis zum nächsten Mal.